Ein Gehörschutz da hinten, wenn ihr braucht. Jetzt fangen wir nun an, ein Magazin gleich, das nehmen wir aus der Kontaktstellung und dann aus Head, fangen wir an, die 9 hoch an. 9 hoch. 9 hoch. 9 hoch. Beide Augen offen. So. Ja, noch eine weitere Rechnung. Okay, Klappung befecht. Warn 1 bis 3. Ein Ziel, 10er-Linkscheibe. Jeweils ein Doppelschuss auf Hepp. Kontaktstellung. 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 Hepp! 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 Neues Magazin dran. Ok. Gut, jetzt stellt ihr euch zwischen zwei Scheiben auf. Und dann kommt hier Rudi durch die Beine. Rudi, komm her. Oder andersrum. Rudi, komm her. Ich hab hier immer zwei Ziele. Auf F. Schießt hier immer. Bam 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 Bam. Jeweils Doppelschoß auf beide Ziele. Auf Fischung. Auf Fischung. Auf Fischung. Arbeit. Feuer! Ja, auf Hepp habe ich gesagt, fäll dich auf Feuer. Hepp! 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 Okay, neues Magazin rein! Hepp! 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 Schnelles Heizfeuer bis Magazin alle! Okay! Okay! Wenn du bereit bist, dann... Cut du! Ich kann jetzt! Jetzt alleine! Schneller! 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 Komm! Mach, 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 mach! Hallo! Schneller! Ja! Ja! Das ist ein bisschen offen, dass er kühlen kann! Schnell! Ja! 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 Das war's für mich. So, 9 war jetzt hier dran. Standprobe, d.h. schön stabil hinstellen, ein, ruhig weiter nach hinten, dass du hier dein Gewicht drauf hast, gerade stehen, Feuerstoß und halten. Okay, das nennt man Standprobe. Schön Oberkörper reinlegen, Ellbogen ran und dann ein Feuerstoß schießen. Ein weiter und los. Ein Feuerstoß, komm. Feuerstoß. Weiter, 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 weiter. Halte. Ein weiter. 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 Vielen Dank.